So kam das Fest der ungesäuerten Brote, das sogenannte Passa heran, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten überlegten, auf welche Weise sie ihn aus dem Weg räumen könnten, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas, der den Beinamen Ischariot führte und zu der Zahl der Zwölf gehörte. Er ging hin und verabredete mit den hohen Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache, wie er ihnen Jesus in die Hände liefern wollte. Darüber freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld zu geben. Er sagte zu und suchte nun nach einer guten Gelegenheit, um Jesus ihn hinter dem Rücken des Volkes zu verraten. Als dann der Tag der ungesäuerten Brote gekommen war, an dem man das Osterlamm schlachten musste, sandte er Petrus und Johannes ab mit dem Auftrage, Geht hin und richtet uns das Osterlamm zu, damit wir es essen. Sie fragten ihn, wo sollen wir es zurichten? Er antwortete ihnen, sobald ihr in die Stadt hineinkommt, wird euch ein Mann begegnen, der ein Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt dem Eigentümer des Hauses, Der Meister lässt dich fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich das Osterlamm mit meinen Jüngern essen kann? Dann wird jener euch ein großes mit Tischpolstern ausgestattetes Obergemach zeigen. Dort richtet das Mahl zu. Sie gingen hin und fanden es so, wie er ihn gesagt hatte, und richteten das Ostermahl zu. Als dann die Stunde da war, setzte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Da sagte er zu ihnen, Herzlich habe ich mich danach gesehnt, dieses Osterlamm vor meinem Leiden mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es im Reiche Gottes seine volle Erfüllung findet. Dann nahm er den Becher, sprach das Dankgebet und sagte, Nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an von dem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und gab es ihn mit den Worten, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso tat er mit dem Becher nach dem Mahle und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Doch wisset wohl, die Hand meines Verräters ist schon mit mir auf dem Tische. Ja, der Menschensohn geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Da fing sie an, untereinander zu fragen, wer von ihnen es wohl wäre, der das tun würde. Da entstand auch noch ein Streit unter ihnen darüber, wer von ihnen für den Größten zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, Die weltlichen Könige herrschen über die Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber darf es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll wie der Jüngste sein und der Gebieter wie der Diener. Denn wer ist der Größere, wer zu Tische sitzt oder wer dabei bedient? Doch wohl, wer zu Tische sitzt? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir in meinen Anfechtungen ausgeharrt haben. So vermache ich euch denn die Herrschaft, wie mein Vater sie mir bestimmt hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tische essen und trinken und sollt auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Da antwortete ihm Petrus, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber entgegnete, Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet hast. Dann fuhr er fort. Als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Ranzen und Schuhe aussandte, habt ihr der Mangel an irgendetwas gelitten? Sie antworteten, An nichts? Er fuhr fort. Jetzt aber, wer einen Beutel mit Geld hat, der nehme ihn mit sich, ebenso auch ein Ranzen. Und wer nichts derartiges hat, verkaufe sein Mantel und kaufe sich dafür ein Schwert. Denn ich sage euch, folgendes Schriftwort muss ich noch an mir erfüllen. Er ist unter die Verbrecher gerechnet worden. Denn in der Tat, das mir bestimmte Geschick kommt jetzt zur Erfüllung. Da sagten sie, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er antwortete ihnen, Es ist gut so. Er ging dann aus der Stadt hinaus und begab sich wie gewöhnlich an den Ölberg. Es begleiteten ihn auch seine Jünger. Als er an Ort und Stelle angelangt war, sagte er zu ihnen, Betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Darauf entfährte er sich etwa einen Steinwurf weit von ihnen, kniete nieder und betete mit den Worten, Vater, willst du, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und als er in angstvollen Seelenkampf geraten war, betete er noch inbrünstiger. Sein Schweiß aber wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde niederfielen. Nach dem Gebet stand er auf und als er zu seinen Jüngern kam, fand er sie vor Traurigkeit eingeschlafen und sagte zu ihnen, Warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Während er noch so redete, kam plötzlich ein Volkshaufe und einer von den Zwölfen, Judas mit Namen, ging an ihrer Spitze und trat auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als nun die Begleiter Jesu sahen, was da kommen würde, sagten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwerte dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knechte des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete, Lasst ab, bis hierher und nicht weiter. Dann rührte er das Ohr an und heilte ihn. Zu den Hohen Priestern aber und den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die an ihn herangetreten waren, sagte Jesus, Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knütteln ausgezogen. Während ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr keine Hand nach mir ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Als sie ihn dann festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte ihnen von Weitem. Als sie dann mitten im Hofe ein Feuer angezündet und sich darum gelagert hatten, nahm auch Petrus mitten unter ihnen Platz. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen, die blickte ihn scharf an und sagte, Der ist auch bei ihm gewesen. Petrus aber verleugnete ihn mit den Worten, Weib, ich kenne ihn nicht. Nach einer kleinen Weile bemerkte ihn ein anderer und sagte, Du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber entgegnete, Mensch, ich nicht. Nach Verlauf von etwa einer Stunde versicherte ein anderer bestimmt, Wahrhaftig, dieser ist auch bei ihm gewesen, er ist ja auch ein Galilea. Da entgegnete Petrus, Mensch, ich verstehe nicht, was du sagst. Und unmittelbar darauf, während er noch redete, krähte ein Hahn. Da wandte der Herr sich um und blickte Petrus an. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Die Männer aber, die Jesus zu bewachen hatten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten ihm das Gesicht und richteten die Frage an ihn, Weiß sage uns, wie heißt der, der dich geschlagen hat? Auch noch viele andere Schmähungen stießen sie gegen ihn aus. Als es dann Tag geworden war, versammelte sich der Rat der Ältesten des Volkes, hohe Priester und Schriftgelehrte, ließen ihn vor ihre Versammlung führen und sagten, Wenn du der Messias bist, so sage es uns. Doch er erwiderte ihnen, Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr es doch nicht glauben, und wenn ich euch fragte, so würdet ihr mir keine Antwort geben. Aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen. Da sagten sie alle, So bist du also der Sohn Gottes? Er antwortete ihnen, Ja, ich bin es. Da sagten sie, Wozu brauchen wir noch ein Zeugnis? Wir haben es ja selbst aus seinem Munde gehört. Ängste halten einen Menschen im alten Dasein gefangen. Wegen den folgenden Ängsten wird Böses, Falsches oder Ungesundes zugelassen, verteidigt und geschützt. Angst vor dem Versagen, Angst ausgestoßen zu werden, Angst alleine zu sein, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Veränderung, Existenzangst, Angst vor Strafe, Angst aufzufallen, Angst vor dem Weg, Angst vor der Wahrheit, Angst vor dem Leben. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei, auf fibelzeit.de Vielen Dank.